Vor dem Pokalknaller gegen Schalke 04. Hören Sie sich mal diese Kulisse an. Und es steht hier nur 0 zu 0. Unglaublich. Und dann dieser Schuss und dann heißt es 1 zu 0 in Minute 24. Da ist Musik drin. Der Assist kommt von Dominik Strohengel. Der bringt seinen langen, wuchtigen Körper hier gut ein. Legt ab auf den Torschützen. Der zieht durch. Und bringt die Lirien in Führung. Klasse Tor. Keine Chance für Keeper Johannes Brinkis im Kasten der Rostocker. Keine Chance für Keeper Johannes Brinkis im Kasten der Rostocker. Keine Chance für Keeper Johannes Brinkis im Kasten. Keine Chance für Keeper Johannes Brinkis im Kasten.